Und willkommen auf dem Kanal Football Tierpist. Heute gehen wir nach Südamerika oder besser gesagt nach Ecuador. Ecuador ist ein Land, das man aus seiner Fußball-Sicht nicht so gut kennt, wenn man Europäer ist. Und das ist eher normal. Im Gegensatz zu Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile oder Kolumbien hat Ecuador in Copa America oder in der Weltmeisterschaft keinen echten Erfolg kennengelernt. Außer vielleicht Antonio Valencia vor ein paar Jahren fällt uns keiner Weltklasse-Spieler ein, wenn wir an Ecuador denken. Dies könnte aber jedoch bald ändern. Denn wenn Ecuador nah daran ist, sich für die nächste WM zu qualifizieren, ist es nicht nur dank enttäuschenden Leistungen von Uruguay, Chile und Kolumbien, sondern auch, weil La Tricolor eine schwierige Mannschaft zu spielen geworden ist. Darauf haben nämlich viele junge Spieler Einfluss gehabt, die vielleicht noch nicht wellbekannt sind. Einige könnten aber vielleicht in ein paar Jahren in einem relativ großen europäischen Verein eine wichtige Rolle spielen. Ich denke zum Beispiel an Piero Incapier, Moises Caicedo, Alan Franco oder Gonzalo Plata, die alle zwei gemeinsam, die alle zwei Gemeinsamkeiten haben. Die erste ist, dass sie in meinem nächsten Video analysiert werden. Und wichtiger ist die zweite. Alle kommen aus dem gleichen Club Independiente del Valle. Und dieser Verein ist eben das Thema dieses Videos, aus einem bestimmten Grund, den ihr jetzt sicher geraten habt. Sein Nervos-Leistungszentrum ist erfolgreich, und zwar, es ist seit ein paar Jahren das Beste im Land. Es ist dann kein Zufall, dass die erste Mannschaft seit ein paar Jahren auch Erfolg hat. Nämlich ist der Club aus dem Valle de los Chillos, das Tal südlich von Quito, nicht nur in Ecuador wichtig geworden, sondern auch in Südamerika. Die Tatsache ist, dass die in der Akademie gut geleistete Arbeit einen echten Einfluss auf die erste Mannschaft gehabt hat. Zwar besteht diese seit Jahren aus vielen Spielern, die durch das Nervos-Leistungszentrum gegangen sind. Überraschend ist es dann nicht zu erfahren, dass die U20-Nationalmannschaft von Ecuador 2019 bei der Kategorien-Weltmeisterschaft die Bronze-Medaille gewonnen hat und das Independiente del Valle 2020 die U20-Copa Libertadores gewonnen hat. Die Titel von IDV begrenzen sich aber nicht an die Jugendkategorien, denn die erste Mannschaft 2016 Finalist der Copa Libertadores war und 2019 hat sie die Copa Sudamericana gewonnen. Ein Pokal, das man in Europa mit dem Europa League vergleichen kann. Was aber prägender als dieser Titel war, war die Spielweise, die der spanische Trainer Miguel Angel Ramirez in die Mannschaft eingeführt hatte. Mit ihm waren das Positionsspiel und das Pressing auf dem Feld sehr auffällig und das zeigt den Zusammenhang mit den anderen Mannschaften des Vereins, da alle die gleichen Spielprinzipien haben. In der Akademie gibt es eben auch diesen Willen, den Ball zu erobern und in den Ballbesitzphasen warten die Spieler auf, bis sie die Gelegenheit haben, eine richtige Tochschance herauszuspielen, statt grundlos lange Bälle nach vorne zu schicken. Trotz dieser gleichen Spielidentität innerhalb des Vereins, die unter anderem den Sprung in die erste Mannschaft vereinfacht, gibt es in der Akademie Trainingszyklen, in denen das Direktspiel der Fokus ist. Der Grund dafür ist, dass es Spieler gibt, die die erste Mannschaft nicht erreichen werden, sowie Spieler, die zu gut für die äquatorianische Liga sind. Das bedeutet, viele Spieler werden sich sowieso an eine andere Spielweise anpassen müssen. Und für IDV ist es eben wichtig, solche Spieler verkaufen zu können, damit der Klub mit diesen Transfer-Summen weiter wachsen kann. So ist eigentlich das Verein-Modell dort. Independiente de Valle bereitet seine Player so, aber nicht nur auf finanziellen Gründen, denn der Klub einen wahren Willen hat, den Akademyspielern zu helfen und sie auszubilden, und ist nicht nur auf einer fußballischen Ebene. Nämlich fühlt sich der Verein für ihre Bildung verantwortlich, was sogar verständlicher ist, wenn man weiß, dass die Mehrheit der dortigen NLZ-Spieler bei dem Klub wohnen. Denn IDV scoutet durch seine zahlreichen Fußballschulen in dem ganzen Land eigentlich. In der Akademie zu wohnen bedeutet aber nicht nur dort Fußball zu spielen, sondern auch von seinen Eltern entfernt zu sein. Und wenn ein junger Spieler aus seinen Eltern von einem Verein geholt wird, muss dieser eben auch die Verantwortung übernehmen, ihn zu erziehen. Und das hat Independiente de Valle eben sehr gut verstanden. Werte sind doch tatsächlich wichtiger als ein Sieg, und zwar, falls ein Spieler, sei er der Beste oder nicht, sich zum Beispiel respektlos verhält, wird er am Fuhrenend nicht im Kader sein. Und dies auch, wenn ein wichtiges Spiel stattfindet. IDV kämpft auch gegen das Vertäuschen von Vs, da es ihnen nicht egal ist, wie sie gewinnen wollen. Die Akademie-Trainer versuchen auch, jeden Spieler, auch die Besten, wenigstens ein paar Male auf der Bank zu lassen, da sie es sowieso einmal erleben werden, und solche Entscheidungen vom Trainer müssen sie auch akzeptieren. Und es sollte eigentlich normal sein, den Sieg im Jugendfußball nicht als Priorität zu haben, denn sein Ziel ist, Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln. Diese Anschauung wird natürlich auch in der Scouting-Abteilung angewandt, denn statt mit körperlich früh entwickelten Spielern die U12-Liga zu gewinnen, werden diejenigen Spieler rekrutiert, die am meisten Chancen haben, eines Tages die erste Mannschaft zu erreichen. Diese Ansicht ist leider eine echte Ausnahme da, da die Mehrheit der Klubs von der ganzen Welt wählen normalerweise mehr Spieler aus, die im ersten Semester des Kalendersjahres geboren sind. Der Grund dafür ist, dass diese Spieler in der Regel körperlich entwickelter sind und sehen auf dem Spielfeld dementsprechend besser aus. Talent gibt es aber genauso viel bei den Spielern, die im zweiten Semester geboren sind. Deswegen achtet die TV bei der Sichtung darauf, die technisch-taktischen Kompetenzen der Spieler zu schätzen, indem Aufgaben ausgeführt werden, bei denen das Spielverständnis gefordert wird. Wenn dann im Nahrungsleistungszentrum bekommt der Spieler zusätzlich zum kollektiven Training auch eine eigene Aufmerksamkeit und das nicht nur bezüglich des Krafttrainings. Nämlich gibt es manchmal auch persönliche Trainingseinheiten, wo der Spieler an seiner Schwere sowie aber auch an seiner Stärke arbeiten kann, denn diese werden ihm im Endeffekt erlauben, auf dem Spielfeld entscheidend zu sein. Und da alle Spiele in Trainingsseinheiten aufgenommen werden, um keinen Detail vom Spiel zu verpassen, das aus dem Spielfeld Brand Live schwierig wahrzunehmen ist, können Trainer auch ihren Spiel-Einzel-Spiel-Sequenzen zeigen, damit sie bessere Entscheidungen treffen können, wie zum Beispiel, welche Körperorientierung für eine bestimmte Ballannahme oder welchen Fuß für einen bestimmten Pass auszuwählen ist. Um die Spieler aber so gut wie möglich entwickelt zu können, ist es auch wichtig, die Genesse der Trainer zu verbessern, da sie im Endeffekt diejenigen sind, die mehr Einfluss auf die Spielerevolution haben. Diesbezüglich hat die Independiente LVAYE mehreren Mitteln umgesetzt. Der erste ist, dass der Nervusleister bei möglichst vielen Trainingsseinheiten dabei ist, um später seine Meinung über die ausgeführten Übungen zu geben. Vielleicht kann er danach auch andere Übungen vorschlagen, ohne den Trainer aber zu zwingen, diese künftig zu benutzen. Die Trainer werden immer die Freiheit haben, die Trainingsseinheiten völlig organisieren zu können. Die Rückgabe und die Vorschläge sind einfach da, um Überlegungen zu fördern. Nämlich ist im Endeffekt das Ziel, möglichst produktive Trainingsseinheiten zu kreieren. Mit diesem gleichen Ziel organisiert der Nervusleister auch mit allen Akademie-Trainer ein wörendliches Gespräch über ein bestimmtes oft trainingsorientiertes Thema. Wie man gegen tiefe Blocks das Schaffen von Räumen überüben kann, wäre zum Beispiel ein mögliches Thema. Bei solchen Gesprächungen gibt es immer zuerst eine Phase, in der die Trainer debattieren, um Schlüsse zu erreichen. Die zweite und letzte Phase findet dann auf dem Spielfeld statt, wo die Trainer die vorgeschlagenen Übungen selber erleben, als wären die sie die Spieler eigentlich. Bis dahin habe ich in großen Zügen die Arbeitsgewohnheiten von Independiente del Bayer erwähnt, die meiner Meinung nach in allen Nervusleistungszentren auch ausgeführt werden sollten, wenn möglich. Zusätzlich dazu trifft der Verein eine Entscheidung, aber auch abhängig von seiner Umwelt. Zu wissen ist es beispielsweise, dass seine Jugendmannschaften keinen richtigen Wettbewerb haben, weil die besten Talente von Ecuador in den Klub zusammengebracht werden. Ohne fordernde Spiele zu haben, ist es aber schwieriger, sich zu verbessern. Deswegen versucht IDV so oft wie möglich, seine Jugendmannschaften bei internationalen Turnieren einzuschreiben. Was aber auch noch Ecuador-spezifisch ist, ist, dass die Mehrheit der Jungen vor ihrem Eintritt in die Akademie keine andere Sportart oder keine andere Aktivität ausprobiert haben. Obwohl die dortige Armut ein Grund dafür ist, setzen einige Eltern aber auch ihren Sohn unter Druck, dass sie eben die Hoffnung haben, dass der Sohn mit einer Fußballkarriere ihre finanzielle Lage verbessern würde. In einem solchen Kontext ist es eben wichtig, dass die Kinder oder besser gesagt die Jugendlichen auch etwas anderes kennenlernen können. Nicht nur um den Alltag abzuwechseln, sondern auch um herauszufinden, ob Fußball ihre wahre Leidenschaft ist. Andere Sportarten sind für Fußballspieler aber auch interessant. Judo erlaubt ihnen einen besseren körperlichen Kontakt mit den Gegenspielern, sowie eine bessere Fallkompetenz zu haben, während Basketball die Armenkoordination fordert, zum Beispiel. Jetzt habe ich alles gesagt, glaube ich. Falls du mein nächstes Video nicht verpassen willst, in dem ich die vier erwähnten Spieler aus der Independiente der Bahia Academy vorstellen und analysieren werde, kannst du dich an meinem Kanal sowie an meinem Twitter-Account abonnieren. Und wenn dieses Video dir gefallen hat, kannst du es mir in den Kommentaren schreiben, auf Like klicken, sowie das Video weiterverteilen. Es würde mir wirklich helfen. Ciao!